Hi Leute, mein Name ist Kero und ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen, spannenden Bitcoin-Update-Video. Leute, auf meinem Channel erhaltet ihr alles in Bezug auf Bitcoin, in Bezug auf Krypto und in Bezug auf Trading. Also, wenn du neu bist auf meinem Channel, lass schon mal gerne ein Abo da. So bleibst du täglich up-to-date, erhältst alle Informationen von mir, die du brauchst, um erfolgreich auf diesem Markt zu existieren. Und Leute, jetzt besteht eine sehr, sehr wichtige Frage. Ja, wir haben mit Bitcoin die 30.000 Dollar jetzt erreichen können. Aber ist das Ganze hier sicher, dass wir noch weiter nach oben gehen oder ist das Ganze nur ein Fake-Out? All diese Fragen in diesem Video. Deshalb schaut euch das Video mal natürlich gerne bis zum Ende an. Und am Anfang des Videos wäre es wirklich interessant zu wissen, was du persönlich glaubst. Wie geht es weiter für Bitcoin? Werden wir von dieser Stelle aus, also das bedeutet von 30.000 Dollar aus, weiter nach oben gehen können? Oder müssen wir mit dem Bitcoin-Preis wieder nach unten gehen? Schreib es jetzt gerne einmal in die Kommentare rein. Das würde mich sehr interessieren. Und nach einem Like hier, was du diesem Video komplett kostenlos geben kannst, unten unter diesem Video, würde ich sagen, lasst uns hier einmal direkt loslegen. Natürlich auch ein Update zu meinem aktuell noch laufenden Bitcoin-Trade. Mittlerweile mit fast 400% im Profit. Wie in der Zukunft all diese Trades nicht mehr verpasst und wie in die CryptoKero VIP-Gruppe komplett kostenlos reinkommt. All diese Details in diesem Video. Lasst uns hier einmal direkt loslegen mit unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart. Leute, ihr werdet euch daran erinnern. Zumindest die Leute, die mein letztes Video sich angeschaut haben. Wir haben hier über dieses Ascending Triangle gesprochen. Dieses Ascending Triangle war sehr, sehr wichtig für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Und ich hatte ja gesagt, dass wenn wir es schaffen sollten und hier über die 28.800 bis 28.900 Dollar ausbrechen können, dass dann unser theoretisches Preisziel liegen würde bei in etwa 32.100 Dollar. Und Leute, wer hätte das gedacht, dass wir uns heute am 11. April 2023 genau hier bei den 30.000 Dollar befinden werden und dass wir sogar realistische Chancen darauf haben werden, hier die 32.100 Dollar erreichen zu können. Also jetzt gerade sieht es erst einmal sehr, sehr gut aus für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Wir sehen natürlich auch, wir haben einige Male zittern müssen. Wir haben hier einige Male diesen Support erreicht. Hier an dieser Stelle noch einmal und hier an dieser Stelle ebenfalls noch einmal. Jedes einzelne Mal ist der Support standhaft geblieben. Wir sind nicht unter diesem Support ausgebrochen, was tatsächlich aktuell erst einmal ein sehr, sehr positives Signal ist für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Aber eine wichtige Sache gibt es weiterhin, auf die wir unbedingt achten müssen. Aber lasst uns hier einmal kurz noch über meinen aktuell noch laufenden Bitcoin-Trade sprechen. Leute, wie gesagt, mittlerweile mit fast 400% im Profit mit der CryptoKero VIP-Gruppe habe ich diesen Trade eröffnet. Das bedeutet, in der Regel, wenn ich Trades öffne, poste ich diese direkt in Real-Time in meine CryptoKero VIP-Gruppe rein und alle Leute da drin, die mittlerweile schon wirklich sehr, sehr viele Leute sind, haben dann die Möglichkeit, diesen Trade mitzumachen oder natürlich diesen Trade zu skippen. Je nachdem, einige sind jetzt mitgegangen und haben ebenfalls hier satte Profite erzielen können mit der CryptoKero VIP-Gruppe. Wenn ihr in der Zukunft all diese Trades nicht mehr verpassen wollt, dann geht gerne einmal unten in die Videobeschreibung rein. Ich mache das hier noch einmal aus. Geht gerne einmal unten in die Videobeschreibung rein. Dieser Link hier anklicken. Innerhalb von 15 Sekunden habt ihr euch für die CryptoKero VIP-Gruppe registriert und verpasst in der Zukunft alle meine Trades nicht mehr. Aber was werde ich jetzt anstellen mit diesem Trade? Wird dieser Trade weiterhin offen bleiben oder werde ich diesen Trade jetzt schließen? Dazu einmal die Antwort hier in unserem Bitcoin-Eintageschart. Leute, wir haben auch darüber gesprochen. Man kann es sehen als ein Megafone-Pattern oder man kann es sehen als ein Broadening-Vetch. Beides ist korrekt. Beides ist mittlerweile Bullish. Und ich hatte ja gesagt, nachdem wir hier nach oben ausgebrochen sind, und zwar hier an dieser Stelle, war es sehr, sehr wichtig, dass wir erst einmal nicht unter diese gelbe Linie noch einmal rutschen. Und zweitens war es sehr, sehr wichtig, dass wir dann letztendlich auch einen stärkeren Bounce nach oben sehen und mit dem Bitcoin-Preis nach oben ziehen. Beide Sachen sind eingetroffen. Das bedeutet erst einmal sehr, sehr positiv. Aber an dieser Stelle noch einmal zu unserem so wichtigen CPI-Indikator. Denn dort versteckt sich wahrscheinlich die Wahrheit, auf die wir aktuell warten. Und zwar, ich habe ja bereits hier gerade in unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart gesagt, das Preisziell liegt bei in etwa 32.100 Dollar. Und was sehen wir hier in unserem CPI-Indikator, der in der Vergangenheit immer und immer wieder recht hatte? Auch hier unser aktuelles Preisziell liegt bei in etwa 32.100 Dollar. Das bedeutet, realistische Chancen darauf, hier die 32.100 Dollar aktuell erreichen zu können, sind definitiv gegeben. Aber wir sollten uns noch nicht zu sicher sein. Wir sollten noch nicht zu hohe Leverages benutzen bei unseren Trades. Und deshalb natürlich auch weiterhin Vorsicht behalten lassen. Aber aktuell 32.100 Dollar ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges und auch realistisches Preisziel für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Was hat der CPI-Indikator im letzten Monat gemacht? Wir haben hier unser oberstes Preisziel gehabt bei in etwa 29.000 Dollar. Und wir sind tatsächlich exakt bis zu den 29.000 Dollar hochgegangen und dann in den nächsten Monat reingerutscht. Jetzt aktuell ist unser oberstes Preisziel aus diesem CPI-Indikator bei in etwa 41.900 Dollar. Pi mal Daumen. Wenn wir das natürlich erreichen sollten, wäre es extrem bullish für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Zwischendurch haben wir auch noch ein anderes Preisziel, welches liegt bei in etwa 35.600 Dollar. Aber jetzt erst einmal müssen wir uns fokussieren auf die 32.100 Dollar. Und sei das einmal gesagt, Leute, wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Gerne ein Like da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt und gerne ein Abo da lassen, falls ihr neu seid auf meinem Channel und all diese Informationen und natürlich auch all diese Profite nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin, euer CryptoKero.